Es ist wieder eins dieser Videos, Leute. Mick redet wieder über Musical-Übersetzungen und taucht viel zu tief in die Materie ein und untersucht Wortwahl, Wortstellung, Übersetzung und was all das für das gesamte Stück bedeutet. Ich war bei der allerersten Aufführung von Hamilton auf Deutsch bei der Preview am 24. September, hab Hamilton aber auch schon 17 Mal in London gesehen und hab da einen ganz guten Vergleich, würde ich sagen, wie die deutsche Übersetzung im Vergleich zur Englischen ist, was wir gewinnen, was wir verlieren, wie wurden die Themen übersetzt, was sind meine Highlights, was sind neue Anspielungen, die dazugekommen sind, die es vorher nicht gab, all das diskutieren wir jetzt hier, also let's go. Wie ich schon in meinem ersten Video zur Hamilton-Übersetzung gesagt hab, als nur ein Song draußen war, stammt die deutsche Übersetzung von Serafinale und Kevin Schröder. Serafinale ist ein Deutschrapper und hat Deutschrap miterfunden, das wird sich auch in dieser Übersetzung abbilden. Wait for it. Kevin Schröder hat Musicals wie Fuck You Goethe getextet, aber viel wichtiger, natürlich Blond, was eine der aller 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 besten deutschen Übersetzungen überhaupt in der deutschen Musical-Geschichte hat. Das heißt, ich war natürlich sehr sehr hyped auf diese Übersetzung und alles, was man vorab gehört hat, es wurden ja schon einzelne Clips released, wie zum Beispiel Alexander Hamilton. Beim Cast Release wurde ein bisschen von Skylar Sister schon gezeigt, Story of Tonight, war alles so weit solide gewesen. Heute haben wir die Chance, einen Blick auf alles zu werfen. Was ist Hamilton auf Deutsch? Und ich hab das alles ein bisschen probiert zu unterteilen. Einmal in die Motive und Themen, Songtitel, wie wurden sie übersetzt, was gewinnen wir. Finde ich, ist es eine gute Übersetzung, finde ich, man hätte es besser machen können, was ist gut, was ist schlecht. Dann kommen wir zu den Passagen, die englisch gelassen wurden, denn es wurden eine Menge Sachen englisch gelassen. Warum, weshalb, funktioniert es, funktioniert es nicht. Dann soll es darum gehen, ob die Themen funktionieren, denn Hamilton ist so geklastert mit, hier wird was erwähnt, da wird es wieder aufgegriffen, funktioniert so was in der Übersetzung. Zum Schluss gebe ich euch ganz viele Beispiele, was haben wir neu dazu gewonnen, was haben wir aber auch verloren in der deutschen Übersetzung, wie verändert sich dadurch Hamilton als Stück an sich, wie sieht es mit den Reimstrukturen aus, mein Lieblingsthema, you know it. Und zum Schluss hat die Show noch Chance zum Wachsen, denn immerhin war das jetzt die erste Preview, die Premiere ist am 6. Oktober und was wird sich über die Zeit wahrscheinlich oder vielleicht noch ändern. Let's go! Im Großen und Ganzen zur Sprache allgemein in der deutschen Version von Hamilton haben wir einen krassen Mix aus moderner Sprache und sehr alter Sprache. Das heißt, wir haben Sachen wie Bro, Kids, Motherfucker, Hurensohn mit drin. Bei letzteren beiden, frauenfeindliche Beleidigungen, I don't know, ob wir das gebraucht hätten, aber es ist ja auch im Original mit drin, von daher, it is what it is. Und wir sind ja auch an der Übersetzung interessiert und nicht an der Verbesserung, wobei selbst das teilweise sogar passiert ist, kommen wir gleich zu. Auf der anderen Seite stehen sehr alte Begriffe, genau wie in der englischen Variante, wie there's so many to deflower, ist so viel zu deflorieren, hat man gelassen. Oder auch Sachen wie I'm satisfied, übersetzt mit satisfiziert. Macht daraus, was ihr wollt, aber man hat oft diese Ansätze, dass es ein Mix aus moderne versus alte ist, genau wie schon in dem Kostüm. Man sagt, okay, ab hier ist es alt, Kopf und Haare sind neu. Aber auch das gesamte Stück erzählt ja alte Geschichte mit einem Cast, der das moderne Amerika repräsentiert. Von daher finde ich sehr schön, dass man hier alte plus moderne Sprache gemischt hat. Wird manchen Leuten ein bisschen cringy vorkommen, gerade wenn so die Kids und Bla und Bro und so vorkommt. Aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen mehr in das Konzept Hamilton reindenken, wenn man wirklich damit ein Problem hat. Weil dann hat man es vielleicht sowieso nicht ganz verstanden. Fraglich ist natürlich, ob Gen Z wirklich so spricht und immer noch sagt so, yo, die Kids, yo, Bro, yo, dies und das. Aber ja, auch zeitgenössische Sprache hat halt immer ein Ablaufdatum und muss ein Zeitzeugnis sein und ist es auch. Ist es auch in Hamilton, so what? Als nächsten Punkt gibt es die Masse an Text. In den ganzen Kriegsszenen, allen politischen Sachen, die sind sehr textlastig. Und ich glaube, für die meisten beim ersten Mal gucken, schwer verständlich oder schwer folgbar. Aber auch da wieder ist es wirklich ein Los, denn im Englischen ist es genauso. Du hast so viele Sachen, die so verknüpft und um die Ecke gedacht, auch ausgedrückt sind, dass selbst Amerikaner und englischsprachige Leute in London Probleme hatten beim ersten Mal, einem zu folgen. Aber Hamilton, sage ich jedes Mal, ist auch kein Stück, dass du einmal guckst, rausgehst und sagst so, gut, jetzt lass was essen gehen und der Abend ist vorbei. Nein, Hamilton ist eine Sache, die beschäftigt dich. Die guckst du einmal, die guckst du zweimal, die guckst du gern auch ein drittes Mal, um diese Komplexität, dieses Stück zu erfassen. Das erste Mal ist anstrengend. Du gehst raus, denkst, what the fuck, wie geil war das? Aber du fühlst dich auch ein bisschen exhausted. So ging es mir in London, so ging es mir hier jetzt auch wieder. Aber ich kann, nachdem der letzte Ton gesungen wurde, nicht erwarten, meine Tickets fürs nächste Mal zu buchen, weil du so viel Bock hast, weil du erst das Potenzial siehst, was zu entdecken ist in Hamilton. Von daher kein Abzug dafür, dass die politischen Texte sehr viel sind. Wobei ich trotzdem sagen muss, an mancher Stelle spezifisch hätte ich mir ein Rewrite gewünscht, dass es nochmal ein bisschen vereinfacht wird. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Leute, ich saß im Theater mit meinem kleinen Blog, weil ich wusste, dieses Video wird kommen und hab geschrieben und geschrieben. Meine Sauklaue war manchmal schwer zu entziffern. Von daher verzeiht mir, wenn ich manche Sachen nicht eins zu eins wiedergeben kann. Aber I try. Wir haben drei große Hauptmotive in Hamilton. Eigentlich vier, wenn wir das Zeitmotiv mit reinnehmen, aber ich nehme das Zeitmotiv mit in den Tod mit rein. Das heißt, wir haben Tod, Story, Legacy. Das heißt, Death, Story, Legacy. Wie gut wurden diese Themen übersetzt und ziehen sie sich durch. Das Deathmotiv ist offensichtlich, das ist das, was Hamilton immer wieder vor sich hin mobelt, wenn er einen ruhigen Moment hat. So, ich erinnere mich so oft an den Tod, dass er sich anfühlt wie eine Erinnerung. Ihr müsstet mal mir verzeihen, dass ich auf meine Notizen gucke. Wurde übersetzt mit, täglich schreibt der Tod zwischen den Zeilen in mein Tagebuch. Und ich finde, es ist so poetisch ausgedrückt und ich liebe es. Ich denke gar nicht drüber nach, wie war das auf Englisch nochmal, fehlt mir da was irgendwie, sondern weil es so gut eigenständig funktioniert. Besonders, wenn es später nochmal aufgegriffen wird, in der Situation, wo Burr seinen Schuss loslässt und die Zeit stillsteht und er nicht mehr sagt, täglich schreibt der Tod zwischen den Zeilen in mein Tagebuch, sondern sagt, vielleicht schreibt der Tod die letzte Zeile in mein Tagebuch. So, genau dasselbe Thema, aber mit abgeändert. Und, oh, I love it. Das sind die Momente, wo ich lebe für Übersetzung und Sprache, weil ich denke so, was für krasse Bilder Sprache erzeugen kann. Das heißt, Todmotiv, Haken hinter, funktioniert sehr gut für mich. Das Story-Motiv ist schon wieder ein bisschen trickier. Da kommen wir auch ganz zum Schluss nochmal mit hin. Es wurde mit Geschichte übersetzt und erstmal denkt man, wie geil, denn im Englischen Hamilton haben wir zwei Dinge. Stories, Story of Tonight, Who lives, who dies, who tells your story, und History, History has his eye on you. Wenn man erstmal realisiert, dass das im Deutschen ein und dasselbe Wort, nämlich Geschichte ist, sind wir viel mehr in Geschichten drin und es wirkt, als hätten wir ein viel größer gewordenes Thema, das viel weiter anwendbar ist auf ganz viele Sachen, weil, versteht ihr, auf einmal haben wir das eine Thema, das sich viel krasser noch durch alles zieht, wofür wir vorher zwei Themen hatten. Und ich glaube, Lin wird richtig da gesessen haben und denken so, was für eine krasse Sprache ist Deutsch und was für ein Zufall auch, dass diese beiden Themen zusammenfinden in einen. Es sorgt aber gerade an einer Stelle ganz am Schluss für eine Sache, die für viele ein Dealbreaker sein wird. Da kommen wir aber später nochmal zu. Das Legacy-Motiv. Ich habe in meinem letzten Video ja schon gesagt, dass das Legacy-Motiv ziemlich in den Hintergrund rückt in der deutschen Fassung. Was auch mit dem Hamilton zu tun hat, dass wir eher das Gefühl haben, Hamilton jumpt von einer Sache zur nächsten und ist die ganze Zeit ein richtiges ADHS-Kind, das irgendwie hyperfokust, von einer Sache auf den nächsten und dadurch immer viel bereut, was er getan hat, aber wenig den Gedanken nach vorne richtet. Und selbst im Death-Motiv bleiben wir die ganze Zeit in der Gegenwart, obwohl es in der englischen Variante eigentlich Teil des Legacy-Motivs ist. I imagine death so much, it feels more like a memory. Das heißt, ich stelle mir den Tod schon so oft vor. Das heißt, das ist ja meine Legacy. Was wird nach meinem Tod übrig bleiben? Wie wird mein Tod mich ereilen? Habe ich bis dahin genug geschafft? Darum schreibt er, als wäre die Zeit nie genug so. Das fällt weg, wenn wir sagen, täglich schreibt der Tod zwischen den Zeilen in mein Tagebuch. Da sind wir wieder eher in meinem Tagebuch. Alles, was gerade passiert, ist bestimmt, wir haben es kein noch drin, aber es ist nicht mehr so dieses nach vorne gedachte, sondern eher in der Rückschau spielt der Tod eine Menge so. Habe ich heute genug getan? Ist das genug? Aber es fehlt so ein bisschen die Weitsicht. Und dadurch wird das Legacy-Motiv sehr, sehr abgeschwächt. Auch Legacy. What is a Legacy? Wo wir nochmal klar sagen, das ist das, worum es die ganze Zeit geht. Wurde übersetzt mit Vermächtnis. Mehr als Wagemut. Das heißt, wir gehen gar nicht nochmal drauf als Legacy. So, full stop, wir sind jetzt bei Legacy angekommen. What is a Legacy? Über diesen Part wird praktisch hinweggerannt mit Vermächtnis. Mehr als Wagemut. Und dann geht es weiter, weiter, weiter. Es ist halt ein Wort, das zwischendurch fällt. Und das ist ein Teil der Übersetzung, der mir an ganz vielen Stellen aufgefallen ist, dass Vermächtnis nicht mehr so die große Rolle spielt. Es ist ein Wermutstropfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will es auch nicht schönreden, denn Legacy war eins der wichtigsten Themen für mich persönlich, warum Hamilton so viel für mich bedeutet hat. Also für mich als Künstler auch, weil das natürlich für mich auch eine super Rolle spielt, so in meinem Animationsdingen als Storyteller. Welche Geschichten erzähle ich, was möchte ich, dass später von mir übrig bleibt. Und das geht ein bisschen unter. Ich sag nicht, es geht verloren, aber es steckt zwischen den Zeilen immer noch, wie der Tod zwischen den Zeilen ins Tagebuch schreibt. Aber es ist harder to spot und es ist weniger in your face. Gehen wir weiter in die Songteilsätze, die immer wieder thematisch wiederholt werden und sozusagen quasi-Motive sind. Not thrown away my shot ist, glaube ich, ein super Beispiel, was übersetzt wurde mit Habt nur diesen einen Schuss, was erstmal geil klingt, weil Schuss auch diese Doppeldeutigkeit hat. Zum Beispiel gibt es diese Stelle, wo er sagt, gib mir noch einen Schuss ins Glas, also einen Schuss Alkohol im Glas am Anfang bei den Sounds of Liberty. Aber du kannst auch gut drauf reimen, wenn Aaron Burr sagt, you gonna get shot. Kannst du machen, dann ist da Schluss. Schuss, Schluss. Du hast immer noch denselben Reimflows, funktioniert sehr gut. Was nicht sehr gut funktioniert ist, diesen einen Schuss. Denn in der Zeit, not thrown away my, kannst du halt viel schneller zusammen sagen, als diesen einen Schuss. So wird es jedes Mal, wenn es gesungen wird zu Habt nur diesen einen Schuss. Ich hab nur diesen einen Schuss. Mann, ich hab nur diesen einen Schuss. Ich bin Alexander Hamilton, Hamilton, Wartensal. Mann, ich hab nur diesen einen Schuss. Und das wirst du vielleicht in der ersten Reihe nicht so hören, aber sobald du ab Mitte der Stalls bist, wirst du im gesamten Saal nur noch hören, Habt nur diesen einen Schuss. Wenn ihr da seid, achtet drauf, es ist nur, Habt nur diesen einen. Und dann bringt es auch nichts zu sagen, wir haben diesen, weil wir sagen, Habt nur diesen einen. Weil diesen wird so verschluckt, dass es übrig bleibt. Habt nur diesen einen Schuss. Und du bist, Habt nur diesen einen Schuss oder habt nur zehn einen Schuss. Ich war so verwirrt am Anfang, bis ich das rausgefriemelt habe. Mit dem Englischen verglichen habe ich die Silben gezählt, weil ich so verwirrt war. Ich wünsche, sie hätten einfach da einmal auf die Silben geschissen und hätten gesagt so, Ich hab nur den einen Schuss statt. Ich hab nur diesen einen. Ja, das ist ein bisschen eine Sache, die mich gestört hat bei Not Thrown Away My Shut. Klar, würde ein bisschen das Tempo von Thrown Away weggehen, aber it's what it's so. Und da würde ich sagen, plädiere für die Verständlichkeit und für Leute, die das Stück zum ersten Mal hören und nicht wissen mit, Habt nur diesen einen Schuss. Was soll das heißen? So, it's verwirrend. Stop it, please. Und das war nicht nur ich. Wir saßen mit ganz vielen Leuten in einer Reihe, die wir da kennengelernt hatten und denen allen ging's genauso. Wir haben auch darüber geredet, warum hat man das gemacht. Und ich hab so viel Zuschauer getroffen. Ihr wart so krass da gewesen. Ich glaub, ich hab 15 Leute oder so getroffen, die mich angesprochen haben und gesagt so, Ah, ja, ich kenn deine Musical-Videos und freu mich voll, dich hier zu sehen. Es war so cool, weil man mit euch immer so geile Musical-Deep-Talks führen kann. Genau über solche Sachen. Und ja, ganz vielen Leuten ging's auch so mit Not Thrown Away My Shot. Das ist meine einzige Sache. Die Übersetzung ist super. Diese eine Silbe, wenn ihr die noch streichen könntet, wär perfekt. Die Previews sind ja auch da, um zu gucken, was sagt das Publikum. Vielleicht hilft das, aus Publikumsreihen irgendwie zu hören. Ich weiß nicht, wie dicht man sonst Feedback und auch ehrliches Feedback bekommt. Ich rush jetzt ein bisschen durch die Titel und schmeiß euch erstmal durch die Übersetzung so ein bisschen um die Ohren. Sag ein, zwei Sachen, wie ich sie finde. Einfach, dass wir schneller durchkommen, denn ich rede nachher nochmal intensiver drüber, was gewinnen wir, was verlieren wir, okay? Satisfied wurde zufrieden sein, was offensichtlich ist. Ich hatte noch überlegt, weil Satisfied ja auch noch diese Doppeldeutigkeit im Englischen hat mit befriedigt sein, you forget yourself, wo sie noch so ein bisschen empört ist und sagt, sie sehen wie jemand aus, der nie befriedigt ist, so. Wurde gemacht zu, es scheint wie jemand, der nie zufrieden ist und wenn sie sagt, Entschuldigung, ich glaube, ihr vergesst sich, sagt er, so wie ich zufrieden bin ich nicht. Schön gereimt, weil es immer noch ähnlich genug zufrieden ist, ist, aber auch nochmal dieser Binnenreimen drin ist und love it, sehr schön. Helpless wurde zu hilflos, offensichtlich. Aaron Burr, Sir, wurde übernommen und es ist so lustig zu sehen, was man im Deutschen noch auf Aaron Burr rein kann, was nicht Englisch ist. Zum Beispiel, meine Lieblingsstelle war, glaube ich, Aaron Burr auf Likör. Das war auch einfach nice. Das sind so Sachen, wo ich denke, I love it. Ich sitze dann da und lache einfach, weil ich es so witzig finde. Wait for It wurde zu Warte noch, aber gerade im Anschluss wurde es zu Ich hab Geduld und warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, und im Samson haben wir noch Love Doesn't Discriminate. Da war ich auch gespannt, wie wollen sie das übersetzen, dass das cool klingt und sie haben es geschafft mit Liebe ist für alles blind, was wir auch tun und wer wir sind. Sie nimmt und sie nimmt und sie nimmt und ich denke, ja, es ist so gut, warum bin ich da nicht drauf gekommen und dann denke ich so, keine Fanübersetzung war je so gut wie das, was ich dort gesehen habe und dann denke ich, es macht so viel Sinn, dass Leute das beruflich machen, Du siehst einfach so einen Unterschied zwischen der deutschen Hamilton Übersetzung und Fanübersetzung, weil es gerade in dieser Komplexität und Masse von Worten einfach eine Mammutsaufgabe, ein Mammutsprojekt ist und ich so beeindruckt bin, wie smooth es klingt für Sachen, wo ich gedacht habe, hä, Liebe diskriminiert nie, wie wird man das machen, Liebe, Liebe, schließt nicht aus, aber Liebe ist für alles blind, und sie nimmt und sie nimmt und sie takes, und man denkt so, ja, natürlich, so gut. Non-Stop wurde Englisch gelassen, er ist non-stop, finde ich nice. History has its eye on you, da war ich sehr begeistert von Geschichte, wird dabei Zeuge sein. The room where it happens ist kein Raum mehr, sondern ein Zimmer. Was genau geschah in diesem Zimmer, in diesem Zimmer, haben sie gemacht? Aber auch, ich will dabei sein, in diesem Zimmer, ja, es funktioniert, ich verstehe, warum man es macht, weil Zimmer hinten offener ist, man kann es reiben, wie bei, kein Schimmer in diesem Zimmer, was da passiert ist, hatte ich kein Schimmer in diesem Zimmer, man kann super viel damit machen, es ist halt viel offener als Raum, weil da sind wir ähnlich, wieder, dass es hinten durch das M so geschlossen ist, dass es halt nicht wie Zimmer offen, singen kannst nach hinten raus, so die Vouts sind, gehen halt verloren, ja, schön gemacht, sehr gut, Anfang bin ich ein bisschen gestolpert, glaube auch, dass das einer der Tracks ist, wo die meisten Hardcore-Fans so am meisten Probleme haben können, weil es leicht war, immer zu übersetzen, so in dem Raum, in dem das passierte, aber ich finde es nice, ich finde es schön, dass man da auch den Mut hatte, vom Raum weg zu gehen, ich finde, es hat auch so ein bisschen mehr Coziness, und so stelle ich mir auch mehr so Tavernen-Hinterzimmer vor, so, und Raum, finde ich, hat so was Großes, Zimmer ist noch kleiner und intimer, und funktioniert, finde ich, in diesem Song dann besser, und in dem, was er sagen möchte. Who lives who dies, who tells your story, wird zu, wer lebt, wer stirbt, wer schreibt Geschichte, nehmen wir jetzt erstmal hin, weil da komme ich auch nochmal später zu, hier spielt dieses Story-Thema Geschichte, diese Doppeldeutlichkeit eine Rolle, die ich vorhin schon erwähnt habe, aber auch jetzt rede ich noch nicht in Depth, darauf kommen wir später immer noch zurück, wenn ich sage, was gewinnen wir, was verlieren wir, You'll Be Back ist jetzt weniger spektakulär besetzt, da möchte ich eher auf eine Zeile reingehen, und zwar, die mir immer wichtig ist, ist dieses To remind you of my love, ist, finde ich, die viel wichtige Stelle als You'll Be Back, ich finde schon lustig, dass sie anfangen mit You say, dass sie das gemacht haben mit Ihr klagt, und klagt ist schon wieder so unterstellend lustig, man lacht einfach viel mehr als in der englischen Version schon bei You say, denkt man, okay, was kommt, aber schon wenn er anfängt mit Ihr klagt, ist das so King George, und da gewinnen wir schon so, ich wollte noch gar nicht dazu kommen, was wir gewinnen, was wir verlieren, aber hier gewinnen wir mit dieser Übersetzung, und auch bei To remind you of my love, wurde übersetzt mit Dann haben wir uns wieder lieb, und das ist so lustig einfach, weil es wirklich noch mehr diese pathetic kindliche Ansicht von King George widerspiegelt, wie er auf die Welt guckt, und trotzdem diesen Liebesaspekt von diesem, er behandelt Amerika wie sein Liebespartner, also als hätten die jetzt einfach nur eine schwierige Zeit und eine Trennung hinter sich und so, und wie er davon redet, es macht es so lustig, auch wenn er gerade davon redet, dann töte ich all eure Freunde und Verwandten, dann haben wir uns wieder lieb, das ist einfach so lustig, ich meine wirklich, Tränen gelacht dabei, Teach me how to say goodbye, ist Abschied nehmen und Weitergehen, ich weiß nicht mehr genau, ob es Abschied nehmen und Weitergehen ist, oder Weitergehen und Abschied nehmen, ob so rum oder so rum, ich finde es okay, es funktioniert ganz gut, es gab nur eine Stelle, wo alles so leise wird, und dann Hamilton ja nochmal singt, dann singt Hamilton so rein, Teach me how to say goodbye, und jetzt singt er halt so, Weitergehen und Abschied nehmen, klingt so ein bisschen wie, Hau endlich ab irgendwie, und da war ich so ein bisschen, okay, es war unfreiwillig komisch gerade, weiß ich, ob man das noch irgendwie anpassen kann, oder ob es auch nur mir so ging, vielleicht war es auch einfach eine subjektive Wahrnehmung, oder man spielt es anders aus, irgendwie ein bisschen mit mehr Herzschmerz irgendwie, oder Hamilton mehr für sich selbst, statt in die Runde hineinrufend, würde vielleicht auch schon eine Menge ändern, aber ja, es funktioniert, Rise Up ist eins der wichtigsten Motive, gerade in den ganzen Kriegsszenarien, denn es geht darum, sich zu erheben, sich über England zu erheben, beziehungsweise aus dieser Unterdrückung zu erheben, nicht länger nach unten gehen, wir haben aber auch Raise Your Glass to Freedom, wo Rise Up auch zu Rise Up ein bisschen gekoppelt ist, dieses ganze Ding, und da ist lustig, dass man aus Rise Up und Raise Your Glass to Freedom Freiheit gemacht hat, und es sagt dasselbe aus, Rise Up erhebe dich wurde zu Freiheit, freiheit, das ist das, was wir wollen, die Freiheit, so ja, es funktioniert, und auch Raise Your Glass to Freedom ist, heb dein Glas zu Freiheit, da haben wir auf einmal das Rise, das jetzt zu Freiheit wurde, bei Raise Your Glass mit drin, und nicht verloren, und haben trotzdem die Freiheit mit drin, bei heb dein Glas, wir haben nicht mehr dieses Erheben, ganz klar ausgesprochen, aber ich finde Freiheit ist ein gutes, gleichwertiges bild was funktioniert in den meisten fällen zum beispiel bei rise up rise up ice up wurde zu frei sein gleich sein 1 sein damit nicht dieses ice up obwohl es wichtig wäre für hamiltons augenmotiv bei hamiltons augen ja angelica eliza gefesselt hatten das heißt hier die ice up dass er nach oben guckt und nicht mehr benutzt um andere einzulullen sondern zu schauen was liegt oben und was liegt auf der anderen seite wurde trotzdem beibehalten weil dann kommt ein kurzer blick in die andere welt und da sind wir wieder bei seinem blick in dem angelica und eliza hängen geblieben sind mindestens bleibt mir noch sein blick was angelica am ende von satisfied singt ein meisterhaftes puzzle neu zusammen gepuzzelt dass man denkt so krass wobei rise up aber was verloren geht meiner meinung nach ist wobei debatable hört mich an hier kommt so general rise up wird jetzt so hier kommt der general frei sein und man denkt so okay aber es geht ja jetzt in dem zusammenhang so oder general kommt erhebt euch so ne also wie die königin betritt den raum erhebt euch so als form des respekts hier wird umgedeutet es funktioniert glaube ich trotzdem in dem kontext dass man sagt hier kommt der general und frei sein ist das was alle singen und sagen so das ist die erwartung die wir an ihn haben und das bildet anders ab vorher kommen wir so hier kommt der general rise up was wird er so sagen und dann kommt er with his right hand man und er sagt so und man schriftet den fokus zu hamilton und merkt wie wichtig ist hamilton eigentlich funktioniert jetzt genauso weil wir sagen hier kommst du general und haben jetzt frei sein und alle haben diese erwartung freiheit an den general und er sagt hier mit meiner rechten hand hamilton versteht ihr was ich mein so der respekt hat ja auch eine erwartungshaltung mit sich gebunden und die erwartungshaltung ist jetzt noch da indem sie sagen freiheit weil sie sprechen die erwartung aus die vorher nur diese geste des sich erhebens wenn jemand in den raum kommt inne hat das meine ich mit mann ich denke mich zu tief rein und verliere mich in dieser junge aber ja von daher bin ich es geht ein bisschen was verloren aber irgendwie auch wieder nicht ich zieh den hut ich zieh den hut vor seraphinale und kevin schröder weil das ding anders schwierig zu übersetzen leute ihr merkt das selber allein bei rise up ist ein gutes beispiel wie es für hebt ein glas erhebt euch über england steht auf wie man das mit freiheit übersetzen kann und trotzdem in den passagen wo es unzulänglich ist den text danach oder davor so somit verändert dass nichts verloren geht weil es trotzdem im kontext sind macht so das waren erst mal die titel die ich für übersetzungswürdigheit und die ich mir notiert hat und wo ich sagen würde okay das war das spannendste wie sie es übersetzt haben welche sachen haben sie englisch gelassen greatest city in the world haben wir schon gehört bei skyler sisters das war ja auch beim cast release schon gezeigt worden aber sie haben auch englisch gelassen talk less smile more dann ist aber so lustig dass hamilton selber sagt so auf gut deutsch und er das noch mal übersetzt für den zuhörer und sagt weniger reden und mehr lächeln seht euch vor und das ist so nice dass sie dann aber trotzdem talk less smile more durch seine knappheit beibehalten werden kann weil wir haben es einmal etabliert am anfang das heißt auch zum schluss kann er dann gehen wenn berl rum geht und sagt so ich will dass alle für mich wurden kann er weitergehen mit und das funktioniert auch im deutschen weil wir es am anfang etabliert haben auch eine schöne passage die wichtig war auf englisch zu lassen ist als king george ding weil das ja typisch amerikanisch ist ich finde es kommt im deutschen sogar noch besser rüber wenn er sagt so ihr seid jetzt frei awesome wow ihr krassen amerikaner im englischen singt er die ganze zeit englisch und der witz kommt nur wenn man weiß awesome und wow sind so typisch amerikanischer slang und hebt sich dadurch ab vom britischen und wenn er das sagt ist es eher mocking gemeint also um sich über die amerikaner als brite lustig zu machen funktioniert im deutschen so viel eindeutiger und dadurch auch viel lustiger weil zu unerwartet kommt dass er jetzt dieses amerikanisch auspackt irgendwie unglaublich von der super choice das auf englisch zu lassen the world turns upside down haben sie auf englisch gelassen funktioniert auch im kontext weil er sagt so als unsere gegner geschlagen abziehen höre ich das trinklied das alle singen und das ist the world turns upside down und das in amerika spielt finde ich macht es sinn das auf englisch zu lassen man kann es machen also ich stolper nicht drüber ich finde man hätte aber auch einfach auf deutsch übersetzen können ich verstehe an der stelle nicht warum es englisch gelassen wurde besonders weil es inconsistent ist aber dazu komme ich gleich noch mal was auch englisch gelassen wurde ist und ich weiß nicht warum vielleicht weil es zu schnell ist das sonst zu machen oder dieses everybody give it up for man auch im deutschen kennt irgendwie wenn jemand vorgestellt wird in irgendeiner show jeder wird irgendeine art von halftime show bei den superballs schon mal gesehen haben oder irgendwo wo jemand vorgestellt wurde in einer internationalen show und da ist es immer dieses everybody give it up for bla 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 so und von daher stolper ich auch nicht drüber gerade da muss man auch noch mal sagen wir gehen ja in dieses stück mit dem wissen wir sehen amerikanische geschichte von daher macht es absolut sinn englische einwürfe beizubehalten und uns daran zu erinnern dass wir über amerikanische geschichte reden von da absolut kein problem mit englischen einwürfen gerade da wo sie nicht tragen fürs verständnis sind und auch den flow beibehalten und auch immer ein versöhnliches angebot für die hardcore fans sind dass man sagt okay wir haben uns bemüht auch mit dem weg zu finden so für iconic lines die trotzdem gleich bleiben wo ich ein bisschen gestolpert bin ist bei immigrants we get the job done was kind of englisch gelassen wurde dann aber auch wieder nicht ich finde immigrants verstehen wir auch im deutschen weil es den wort Immigranten sehr krass ähnelt so also wenn jemand sagt immigrants we get the job done oder übersetzt es komplett aber was gemacht wurde ist wir haben einen ziemlichen run einwanderer we get the job done es hat eine silbe zu viel ist holpert es ist dann auch so holprig gesagt dass es schwierig ist dieses Einwanderer zu verstehen hatte ich das gefühl von daher da war ich wirklich gestolpert wo ich war so Andere passage wo ich gesagt habe warum habt ihr es nicht übersetzt ist so hamilton ist nicht mehr zu halten rastet aus und beleidigt sogar den präsidenten und dann steht er oben auf der bühne und sagt 1 zu 1 übersetzt wobei man auch hätte sagen können so halt mal die luft an john du verdammter und dann irgendwas piepen und runter es hätte gut funktioniert und ich glaube es wäre wichtig fürs Verständnis zu verstehen dass er ihn beleidigt fährt mother piep versteht man auch aber verstehen es alte leute und da denke ich so Das hätte man auf deutschland es gibt ja genug kontext dass ich es einordnen und sagen so hamilton hat den Präsidenten beleidigt und so weiter es wird ja gesagt aber warum warum diese stelle auf englisch lassen das hat für mich nicht so sinn gemacht So kommen wir zum ersten zwischenfazit und das ist funktionieren die themen die übersetzungen der titel die Wiederholungen ich würde sagen zu 90 prozent ja in einzelnen fällen stolpert man ein bisschen Und in anderen fällen sind die themen inkonsequent wenn ich als hardcore fan weiß hier müsste das thema repriced werden Und es wird da nicht gemacht oder ein thema das später aufkommt wurde hier anders gesungen beispiel The world turns upside down ich habe ja gesagt ich komme darauf noch mal zurück das trinklied das sie singen the world turns upside down Wird auf englisch gesungen aber am anfang wo hamilton das in yorktown schon singt Da wird ja das thema schon etabliert und dann nachher nur noch mal und dann erinnere ich mich an das trinklied das sie singen Hier am anfang haben sie es aber übersetzt denn da haben sie gesagt so ich habe nur diesen einen schuss bis der wind sich Endlich dreht bis der wind sich endlich Dreht und daraus hätte man ja machen können der wind hat sich gedreht weil er dann wird The world turns upside down und nicht mehr till the world turns upside down So das verstehe ich nicht warum man das nicht gemacht hat dem deutschen zuschauer wird das nicht klar sein dass das hier etabliert wird und da Aufgefangen das heißt hier ist unserer wartungshaltung auf den sieg wir machen das unmögliche möglich ich werde mein schuss nicht wegschweißen So bis die welt sich umgekehrt hat und wir gewonnen haben und hier hat es sich umgekehrt die ziehen ab die sind besiegt und Jetzt hat die welt sich umgekehrt so oder hier hat er wind sich gedreht schade dass das verloren geht und es macht für mich auch Keinen sinn warum das verloren geht wenn man es am anfang schon übersetzt hat das nicht durchzuziehen am ende vielleicht sollte man sich dreht 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 Naja es muss was mit dem fluss zu tun haben dass man gesagt hat okay man will weil's the world turns upside down dass er nachher Down 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 freedom for america freedom for friends dass man da nicht geht mit Dreht 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 Die welt steht plötzlich kopf 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 hätte man machen können Weil Hamilton verkopfter mensch ist ich probiere es gerade zu verargumentieren was die alternative gewesen wäre oder am anfang werft man den schluss nicht fort So the world turns upside down ist halt auch weird ne also ja je länger ich drüber nachdenke es macht sinn und es ist ein Kind of schweres rätsel aber ich wäre dann glaube ich lieber mit so und wir stellen die welt auf den kopf dahin gegangen aber debatable aber das meine ich mit inkonsequenz der themen wo in der übersetzung ein bisschen was verloren geht anderes kleines beispiel ist satisfied Satisfied wird ja in sehr sehr unterschiedlichen varianten benutzt und auch erforscht das heißt sexuelle unbefriedigtheit Aber auch glücklich sein In bezug auf seine legacy glücklich sein In einer beziehung du wirst niemals zufrieden sein Zufrieden sein einfach ne also diese zufriedenheit in sich selbst dasselbe haben wir ja auch im krieg so glücklich über den sieg sein das erste mal In den krieg gewinnen und daraus energie schöpfen weiterzumachen und das ist der moment wo john lawrence im duell mit charles lee sagt nachdem er ihn erschossen hat oder Angeschossen hat ein satisfied und das ist der moment wo er stellvertretend für Hamilton diese satisfaction Spürt und hamilton dabei ist weil er geht ja für hamilton in den kampf und wir merken Das ist so der moment wo er zufriedenheit oder eine erfüllung aus diesem krieg zieht und dass der erste tropfen ist wo er blut leckt über triumph im krieg Das sich ja durchzieht bis zu yorktown Das wurde hier jetzt aber nicht mehr übersetzt mit zufrieden sowie am anfang in satisfied Sondern mit satisfiziert er sagt legit statt am satisfied steht er auf und sagt Satisfiziert und denkst du was erst mal kann niemand mit dem wort was anfangen Wenn du nicht uralt bist ich verstehe man will da das altdeutsch wieder mit reinbringen und so aber Du verlierst halt auch das thema so weil es ist ja im deutschen nicht satisfiziert Du bist niemals satisfiziert Satisfiziert so es ist ja im deutschen zufrieden sein warum geht da das thema zufrieden sein verloren man ist nicht mit Irgendwas in richtung zufrieden gegangen so irgendwas hätte man da sicher gefunden das ist eine sache die mich ein bisschen sad macht Ähnliche inconsistency ist work work hat man übersetzt mit läuft habe ich auch schon leute stimmen gehört die damit unzufrieden waren ich finde es aber unglaublich lustig mit läuft Dann wird es aber inconsistent in yorktown wo sie auch kämpfen und singen Im englischen in der deutschen variante haben sie auch work gelassen und nicht gemacht läuft obwohl läuft gepasst hätte denn es ist ja kurz vor dem sieg von Yorktown bevor die herauskommt und das weiße taschentuch zieht um zu symbolisieren dass sie aufgeben das heißt man hätte machen können läuft läuft aber gesungen Haben sie wenn ich mich nicht verhört habe ich bin mir aber zu 99 prozent sicher dass es dabei work gelassen wurde Inkonsistent von daher ja die themen funktionieren in 90 prozent ich würde jetzt fast nach oben korrigieren im 95 prozent der fälle weil wie gesagt auch immer Sich bemüht ist eine alternative zu finden das neu aufzugreifen aber das legacy motiv ist weniger dominant und einzelne abweichungen sind Inkonsequent das ist mein fazit zu den themen und übersetzungen inhaltlich gesehen und das ist krass wenn man sich überlegt ich habe das ja schon mal gesagt wir müssen nicht nur übersetzen wir müssen singengleich bleiben wir haben auch diese unglaublich krasse unlösbare puzzle aufgabe die lin manu miranda gemacht hat in dem er hier was einstreut das da Aufgegriffen wird was dann der wichtigkeit da hat und hier von einem anderen blickpunkt betrachtet wird so und das auf deutsch zu schaffen und das sind 95 prozent der fälle solide und absolut gut zu schaffen Kommen wir zum letzten großen punkt den inhaltlichen veränderung was gewinnen wir was verlieren wir durch die deutsche version ist hamilton in deutschen wirklich so viel schlechter Als die englische version so weil ich das so oft schon im vorfeld gehört habe das kann nie daran kommen und blablabla schauen wir uns das mal genau an denn Definitiv ist es so und jeder der was anderes erwartet der eine übersetzung geht und sagt so es ist genau dasselbe stück nein wir gewinnen sachen wir verlieren sachen welche sind das gucken wir uns an was ich Schon viel in diesem übersetzungsvideos die ich ja schon zu encanto gemacht hatte zu let it go zu frozen immer wieder sage wenn ihr ein Gleichwertiges bild findet ist es kein verlust sondern kann sogar besser werden und es gibt viele gleichwertige bilder Unglaublich schön beispiel vorhin war ja schon das todesmotiv mit dem tod ja die zeilen in das tagebuch schreiten Wunderschönes bild so finde ich sogar schöner als sich den tod immer so sehr vorzustellen dass er schon fast wie eine erinnerung scheint Ich finde es ist einfach greifbarer und weniger abstrakt schönes bild was annähernd gleichwertig ist Hatten wir vorhin schon besprochen anderes beispiel wo es aber definitiv gleichwertig ist ist Was ja eigentlich heißt idioten die den mund nicht halten können werden sterben was übersetzt wurde mit vögel die viel zwitschern stopft man aus was Super geiles bild ist und so viel besser funktioniert und leute wirklich gelacht haben also es war richtig gelächter im publikum was ein zusätzlicher Joke ist wo man denkt so hat er nicht gesagt so weil es auch ein bisschen wie eine drohung wirkt so aber auch in verse charakter mit Reinspielt und nicht verloren geht dass er angst um sein leben hat wenn er zu viel redet genau das bleibt beibehalten aber wir Kriegen so viel greifbarer in der deutschen version So rennes pamphlet habe ich vorhin bei den titeln übersprungen weil ich hier noch mal was dazu sagen wollte He's never gone be president now übersetzt sich ja mit jetzt kann er kein präsident mehr werden oder jetzt wird er nie präsident werden wurde übersetzt mit Der traum vom weißen haus ist nun aus wir haben traum aus haben haus haben da viel mehr reimstruktur drin Und es klingt geil lässt sich schön singen ist ein gleichwertiges bild was metaphorischer ist ich hatte ein bisschen probleme das zu verstehen weil ich Wieder so viel verglichen habe und dachte so was singen die da wo ist der präsident was ist das so wenn man mit der haltung Reingeht hatte ich ein bisschen verständnisprobleme vielleicht kann man auch noch mal ein bisschen an der deutlichkeit arbeiten oder so aber es ist ja auch sehr Ensemble getragen da hat man die wenigsten muttersprachler drin aber He's never gone be president now mit der traum vom weißen haus ist nun aus Eine sorge weniger sehr schön das heißt wir haben auf jeden fall gleichwertige bilder mit drin an vielen stellen das waren jetzt ein paar Beispiele die ich mir mit geschrieben habe keep in mind dass ich nicht das ganze stück Mitschreiben konnte sondern immer nur hier euch somit beispielen versorgen kann und natürlich ich nicht allein war sondern mein boyfriend und noch freunde dabei Mit dem wir uns austauschen konnten und mit euch danach und so und ich danach so auf drei stunden heimfahrt mir notizen machen konnte Weil das alles sehr sehr frisch war wo wir was neues gewonnen haben tada wo verlieren wir wo gewinnen wir und es ist besser oder schlechter Das geile ist das haben wir sogar ja schon vorab veröffentlicht bekommen auch wieder beim cast announcement wo viele leute sich lustig gemacht haben Ich habe das auf tumblr gesehen dass die tat mit so oh my god i can't why have they bye I'm a trust fund baby you can trust me Trust fund babies sagt man hier nicht so trust fund babies ist halt so kinder wenn eltern für ihre baby schon trust fund eingesetzt haben also so wertanlage Dass die nachher reicher ist spricht halt dafür so ich bin abgesichert du kannst mir vertrauen so ich habe eigene kohle Und das zeigt dass burr besser gestellt ist als hamilton und er nicht wegen dem namen hinter ihr her ist im deutschen hat man es ein bisschen Savanda gemacht und hat gemacht Schieß mich über den haufen doch du bist dein baby ich möchte ein bader wasser saufen Und alle sind so hä ist da gar nichts damit zu tun so absurd warum sollt ihr das sagen ich finde super lustig weil gerade dieser ladies man durchkommt Wenn burr nachher sagt so what do we have in common we're reliable with the ladies Haben wir davon nicht viel gesehen außer diese stelle und das jetzt mehr thirsty zu machen finde ich super gut und was viele nicht auf dem schirm haben ist dass Es halt eine deutsch rap referenz von 1995 ist von dem sabrina settler song mit Rödelheim hardrheinprojekt aus ja klar Und so was wird uns öfter begegnen und ich finde es gut denn was viele nicht wissen in deutschland Weil viele hier nicht diese history mit american rap haben dass hamilton voll ist mit englischen anspielungen auf tupac auf diese ganzen alten Rapper oldschool rapper die du nicht übersetzen kannst und wo einfach was verloren gehen würde also diese zeilen aufzufüllen und mit deutscher rap history Zu füllen finde ich mega smart und mega lustig falls richtig viele leute abholt und das praktisch auch mit zum übersetzer job gehört so Worauf hat der original autor wert gelegt kann ich es übersetzen nein was ist ein deutsches ponton und das sind in diesen fällen deutsch zeilen und deutsche callbacks zu Legendären zeilen und ohne scheiß ich kenne diesen line noch aus meiner kindheit da war ich sechs sieben jahre oder so als ich das gehört Und war so oh mein gott darf man so was sagen und fand das sehr verboten und ganz viele ja It's an iconic line und schön dass sie drin ist not thrown away my shot habe ich ja schon eine menge zu gesagt und ich sage noch mehr dazu Wir haben nur diesen einen schuss zu ich werfe meine chance nicht weg so ich werfe meinen schuss nicht fort so Übersetzen würdest du halt das nicht mit schuss ist es schön dass my shot also meine chance im englischen diese Kriegsbedeutung hat im deutschen haben wir den schuss draus gemacht so und haben damit den das wort chance verloren zu sagen jetzt ich habe nur Diesen einen schuss bedeutet ich habe nur diese eine chance ich bin nicht sonderlich Privilegiert ich habe nur diese eine chance und dadurch empatieren wir viel mehr für hamilton und sind viel mehr auf seiner seite haben aber auch weniger Compassion für eliza und bleibt doch hier hör doch auf wenn er aber sagt ich habe nur diese eine chance Dann ist das was sie sind reich sie sind privilegiert sie können das nicht wirklich Nachvollziehen so bei hamilton in der englischen fassung sagt so ich werfe meine chance nicht weg und er hat die wahl man hat vielmehr das gefühl Es ist immer seine choice immer sich selbst über alle anderen zu wählen so not thrown away my shot heißt vielmehr ich gucke auf mich und es Es ist mir wichtig meine legacy durchzudrücken und auf mich gerichtet zu sein wenn er einen non stop Angelika und eliza links und rechts von sich hat und sagt Beide so Abschüttelt ist das so nein ich habe die wahl aber ich wähle mich ein alexander hamilton in just you wait das ist ihm das wichtigste aber wenn er sagt So ich habe nur diesen einen schuss ist so viel mehr verzweiflung da drin ich habe nur diesen einen schuss ich bin alexander hamilton Ich bin dieser eine mann und habe immer gesagt ich werde diese chance nutzen und kann die nicht aufgeben Das ist glaube ich die sache warum man so viel mehr compassion mit hamilton hat und er weniger der willen in der geschichte ist als in Einen amerikanischen fassung weil erst eine viel mehr dimensionalere figur in der amerikanischen fassung in dem sinne dass wir hamilton mehr Hassen zu hamilton ist zwar der hauptcharakter aber er ist für mich für mich auch eher der will Da kommt auch gleich noch eine stelle die das in der englischen variante sehr deutlich macht die in der deutschen variante aber glätter ist glatter Gebügelt und wie genau das da auch so ein bisschen verlieren warum hamilton ehrenhält ist in der deutschen fassung und in der englischen More of a villain oder more of a twist villain Redemption arc kind of guy in my shot gibt es auch noch diese gay line lawrence i like you a lot die ja nur mit drin ist weil hamilton der original Hamilton und original john lawrence sehr viel gay talks miteinander hatten dafür gibt es ein ganzes video Der es dokumentiert was für homoerotische briefe die beiden sich geschrieben haben und lynn selbst bestätigt hat dass diese line Drinne ist um darauf anzuspielen die geht finde ich ein bisschen verloren weil sie wurde übersetzt mit Lawrence geht ab wie ein gott es ist schon ein bisschen diese appreciation da aber es geht diese gayness flöten finde ich und das fehlt mir Natürlich als gay person die representation sucht irgendwie selbst sei es nur in dieser einleihen wenn sie flöten geht Besonders wenn später auch noch werke zitiert werden die sehr homophob sind weiß ich nicht ob das dann so klug war Dann diese einzige gay line rauszuschreiben oder wenigstens byline ich will nicht sagen hamilton war schwul gewesen aber es gibt ja definitiv Biromantische oder bisexuelle bezüge wenn ich einem anderen typen sagt so hey du weißt doch wie mein kock aussieht und ich brauche niemanden sonst wie dich It's another video Kommen wir zu winters ball wenn burr sagt wenn du eine der skylar sisters nimmst bist du reich mann und hamilton antwortet Ist es eine frage des wenns oder welche Impliziert hamilton dass er auf jeden fall eine nimmt er weiß nur noch nicht welche haben wir in der deutschen version kriegt man so eine dann regnet es scheine Ich bin dabei doch warum denn nur eine Impliziert er hier in der deutschen fassung dass er sich nicht auf eine festlegen wird nicht dass er noch nicht weiß welche er nehmen will sondern dass er sich nicht Festlegen will dass er nur eine nehmen wird sondern vielleicht auch mehrere und das ist ja foreshadowing für diese ganze triangle love story zwischen angelica eliza den beiden Schwestern und ihm von daher gewinnen wir da was nämlich ein bisschen foreshadowing und trotzdem bleibt die cockiness erhalten von hamilton Insatisfied haben wir die ben franklin geschichte gott sei denn raus Dass er eigentlich die geschichte ist ben franklin hat laut legende beim gewitter ein kite also ein drachen genommen Metallschlüssel ran gehangen und den steigen lassen um zu sehen ob der schlüssel den blitz anzieht und die Sache die das zeigt in hamilton wenn angelica das anbringt ist zum einen ich habe mich in die nähe von hamilton begeben um zu Sehen ob da spannung zwischen uns ist und ob diese elektrizität zu spüren ist und ja sie ist zu spüren denn ja der blitz schlägt in den schlüssel ein und sie Spürt die elektrizität es ist sehr verkopft aber es zeigt auch angelica ist eine sehr belesene frau was ja später auch noch mal wieder kommt und auch schon In skylers ist das wenn sie ihre form Aber auch am ende wenn sie mit hamilton redet über macbeth und so wir sehen dass sie eine sehr belesene frau ist es spricht für den intellekt Ersetzt wurde das ganze mit tiermetaphorik was ich zum einen sehr schön finde weil diese emotionale seite von angelica auch zeigt Sie sagt es ist wie schmetterling im bauch und schon als ich den nächsten schmetterling losfliegen Wie kann ich meine schwester sehen und sie ist hilflos also wir haben das ganze ding mehr mit diesem gefühl was sie bekommt wenn sie Hermitensied ersetzt und mit tiermetaphorik sie sagen auch an irgendeiner stelle noch mal irgendwas mit mein lieber schwan also wie schwan und Schmetterlinge alles ist sehr beflügelt sie fühlt sich leicht aber es ist auch ein bild von weiblichkeit wir haben aber nicht mehr diese Intellektualität mit drin dafür haben wir es in der deutschen variante wieder jetzt kommen wir wieder mit sagen uns geht eigentlich nichts verloren sondern wir schieben dinge umher Wir haben jetzt hier die weiblichkeit die eigentlich keine rolle gespielt hat in skylar sisters am anfang aber sagt sie dass sie männlich und ungehemmt Rüberkommt Von daher ist das hier ganz gut weil das ist im originaltext nicht mehr drin dass leute sie als maskulin wahrnehmen Haben wir das jetzt hier wieder drin um das auszubügeln so sehr weibliche bilder weil bei schwan denkt man an die schwanprinzessin Schmetterlinge es ist halt so sehr ich will gar nicht in diesen schubladen denken aber sind die assoziationen die halt einfach über die geschichte so Und über die jahre in den kopf sprießen Von daher finde ich das hier nicht schlimm wir haben da auch noch zeilen in skylar sisters auf deutsch die auch noch mal krasse auf die Belesenheit zeigen weil sie selbst von sich sagt Und es darum nicht schlimm ist dass wir sind satisfied jetzt nicht so betonen weil sie auch der moment ist in dem sie eher emotional redet Auch wenn sie so schnell redet dass all ihre gedanken sich in ihrem kopf vermischen weil sie so in love ist finde ich da gut dass man da vereinfacht hat Und ich habe immer gesagt diese ben franklin geschichte raus damit weil sobald ich anfange mich damit zu beschäftigen in meinem kopf Was meint sie damit habe ich schon verloren weil sie so schnell denkt und das zeigt ja auch dass sie gleich ist wie hamilton sie synchronisieren in dieser art schnell zu denken und dem ist leichter zu folgen wenn einfach ist ein eindeutiger ist von daher dieser kampf zwischen emotionen und wissen ist Ein sehr ausgeglichener nur neu verteilter in angelica in satisfied andere stelle in satisfied in der es um ihre schwester eliza geht und auf die habe ich auch schon in meinem letzten video in dem cast video angespielt dass uns hier ein bisschen was verloren geht haben wir im englischen Hier beschreibt sie ihre schwester wie sie sie wahrnimmt und es ist wichtig für eliza weil eliza sonst niemand beschreibt wir sehen nur ihre taten sie ist trusting sie ist kein niemand ist So lieb so treu und gibt so ein vertrauensschuss vor allem wodurch ist natürlich die fallhöhe viel krasser ist in burn wenn wir merken So okay she is so trusting she is so kind und dann fällt sie so tief diese info fehlt uns in der deutschen version das heißt wir erleben eliza nur wie sie ist denn in der deutschen übersetzung haben wir Mich und eliza könnten nie etwas in zweien ich verzei mir kein riss in ihrem herz egal wie klein Das mega schön ist ich liebe diese ganze stelle und ich liebe die stelle auch wenn sie noch mal wieder kommt in reynolds pamphlet Die sagt ich bin nicht hier für dich mich und meine schwester konnten nie etwas in zweien passt dann so gut in diese stelle rein aber leider Geht verloren die beschreibung die wir von eliza bekommen und das auf nacken von elizas charakter das heißt wir haben wieder eine leichte änderung von elizas Charakter wo wir auch schon eine leichte änderung von hamiltons charakter haben so eher mehr aussichtslos er hat nur diesen einen schuss und sie ohne diese Beschreibung dass sie very trusting very kind ist sondern wir erleben sie nur wie sie sich verliebt und ihrer schwester sagt Ich bin zwar hilflos aber so hilflos scheint sie dann nicht weil wir nicht erfahren von angelica dass sie trusting und kind ist Wir müssen sie halt an ihren handlungen judge und darum ist es wahrscheinlich warum für mich in hamiltons und elizas beziehung es wirkt als hätte eliza die oberhand in der deutschen fassung Kommen wir wieder zur neuen deutschen anspielung und die hatten wir in story of tonight wo aaron burr auf die brothers of liberty trifft Und sagt the whole gang is here sagt er jetzt die fantastischen 4 und das ist funny weil die fantastischen 4 ist ein altes iconic rap quartett Und ja da haben wir das wieder dass wir zurückbringen deutsche rap history nice bricht nichts ab sagt dasselbe macht es noch lustiger als the whole gang is here Auch generell wo sie am anfang schon sagen so Haben sie doch auch draus gemacht irgendwie auf uns legendäre jungs schon morgen geht es mehr von uns und ich finde wir legendären jungs das zeigt nochmal so diesen jugendspirit und so I don't know man ich liebe die übersetzung jetzt kommen wir zur hurricane und das ist die eine stelle die ich vorhin schon meinte wo wir wieder ein bisschen was von hamiltons Böseren charakter eigenschaften glatt geschrieben bekommen und hamilton darum sympathischer in der deutschen version ist er sagt in der englischen fassung in Und das wirkt so narzisstisch manipulativ dass er sagt so ich habe alles bis hierhin geschrieben er sagt ja ich habe mir den weg aus der hölle rausgeschrieben durch Mein schreiben habe ich alles geschafft das ist ja kurz bevor er sein rennes pamphlet schreibt und gesteht dass er diese affäre hatte und sagt so ich bin dann alles gekommen was ich Immer wollte ein rotelizer love letters until she fall und das wirkt so berechnet dass man denkt so du kleiner arsch hast die ganze zeit Rumgeflirtet und on top einfach auch noch mit ihr angebendelt sehr bewusst in der übersetzung wurde es zu ich schrieb eliza briefe süß wie karamell glatt gebügelt da Denke ich so stimmt hast du gemacht du hast süße liebesbriefe geschrieben und das funktioniert auch im kontext dass er sagt mein schreiben hat mich schon So oft weitergebracht hat er sagt ich habe mir so süße liebesbriefe geschrieben aber dieser hintergedanke geht in meiner ansicht Verloren wenn man das so sagt I wrote it until she fell ich habe weiter und weiter und weiter gemacht bis sie verknallt war I mean wenn wir uns helpless angucken hat er da auch keinen harten job gehabt weil es lieber auf den ersten blick für sie war aber wir sehen das ja auch Beschleunigt diese berechnenheit zu sagen ich habe das getan ihr versteht was ich meine ich wiederhole mich nur noch das ist ein grund warum Deutscher hamilton immer anders wahrgenommen werden wird als ein englischer hamilton im blow us all away gibt uns der junge sexy philipp noch mal eine neue anspielung wenn es im englischen ist Es ist in meinen augen immer eine sehr sexuelle anspielung auf die größe seines gemächts ich weiß nicht wie ihr es gelesen habt schreibt es bitte in die kommentare Aber für mich was ich hyper creepy finde wenn der sohn sagt hey alle sagen ich habe so einen fetten kopf wie mein vater I don't know why you would do that aber übersetzt haben sie das auch gar nicht sondern die letzte zeile gekickt und dafür eine neue Reingeholt auch aus einem sehr sexuellen song nämlich von stf featuring kusabash auch wieder von 1999 das teil ihr müsst noch üben die line habt genauso naturtalent wie dad nur mit cash Ich finde es nicht so geil dass man aus dem song gequotet hat ich finde es funktioniert Weil es nur dieser snippet ist und auch so diese selbstverliebtheit ausdrückt aber weiter im song geht es halt mit homophoben lines wie das Oder vorher auch mit frauenfeindlichen lines wie das I don't know inwieweit wir embracen müssen dass deutsche rap history nun mal frauenfeindlich ist und das dann halt wenn lines mit Reingeschrieben werden aus deutscher rap history nicht nur deutsch amerikanisch her genauso dann halt das auch Künstler huldig die sowas gesungen haben das ist die stelle wo ich auch meinte wenn wir vorne zwischen lawrence und hamilton die gay lines By line rausstreichen und dann aber Künstler quoten der oder selbst ein song quoten wo die nächste line schon homophob ist offensichtlich nur im originalstück die haben sie ja nicht weiter Gequotete musical aber trotzdem hat das ein geschmeckle finde ich dass es nicht haben bräuchte I see I see und es wird nichts genommen es wird was neues hinzugefügt Das ist eine anspielung auf rap history von 1999 Und cockiness ist immer noch da und ich finde es auch besser als würde er singen ich habe so einen fetten wie mein dad in the world is wide enough Gibt es viel klarere amerika kritik wo er kurz bevor er singt Kommt jetzt was mit amerika gebaut auf sklaven blut oder sowas ich weiß nicht mehr genau den wort laut habe ich mir nicht notiert Weil ich einfach ein ohr war als dieser monolog haben war so konnt nicht schreiben aber das fand ich sehr schön Weil hamilton ja heute auch viel in der kritik steht das mit dem ganzen sklaven thema zu lapidar umgegangen wurde da noch mal ein großes lob auch an das acting von charles simmons Denn er hat wie im pro shot auch bei der stelle wo eliza singt ich habe mich gegen Sklaverei ausgesprochen sich verbeugend und beschämt weggeduckt Weil george washington ganz klar dafür bekannt ist sklaven gehabt zu haben und auch nicht sich dafür ausgesprochen hat sklaven zu befreien oder irgendwas Das ist definitiv ein versäumnis und das ist gut um das für diesen glorifizierten charakter noch mal einzuordnen Uns geht auch ein bisschen was verloren im selben song noch wo er singt there is no beat no melody und dass er tatsächlich auch die stelle ist in der alles still wird Im musical musikinstrumente aussetzen nur er singt singt er da aber über bird der ihm gegenüber steht und sagt wir sind ja vorher noch Schreibt der tod mit zeilen in mein tagebuch er steht mir gegenüber er ist aus fleisch und blut wie ich und es bezieht sich eher auf den tod und den Realisierungsmoment dass der tod jetzt vor ihm steht Bird 20 meter weg von ihm 7 feet ahead of me es funktioniert für mich ich finde ich brauche nicht diesen Fourth wall break dass er sagt so oh there is no beat no melody also diese self awareness dass ich ein teil eines musicals bin in dem es immer beat und Melodie gibt von daher glaube ich es ist schade weil es nicht ausgepointet ist für die leute die wert darauf legen und sagen stimmt das ist wirklich der musik Wo gerade no beat no melody ist so der geht verloren aber Dafür haben wir auch diesen weirden fourth wall break nicht mehr mit drin und jetzt kommen wir zu der einen sache die ich schon im haupt thema angesprochen hatte dieses who lives who dies who tells your story die doppeldeutigkeit der motive wo wir bei geschichte sind wie schön Das story und history ein und dasselbe wort im deutschen sinn mit geschichte aber grad am ende verliert es an bedeutung weil in dem wichtigen moment wo eliza sich fragt who lives who dies who tells your story nachdem sie erzählt hat angelica und ich und dein sohn haben all deine briefe gelesen und probiert uns um deine legacy zu bemühen und ich habe das Washington monument bauen lassen geld dafür gesammelt und das weisenhaus und 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 mit allen kriegern die neben dir gekämpft haben gesprochen und ich hatte nie genug zeit und wenn es dann Darum geht aber wer erzählt eine geschichte jetzt weiter ist das ende von hamilton jahr das ist heißt who lives who dies who tells your story Sie hamilton im jenseits trifft und er sie nach vorn zum publikum führt sie das publikum sieht und realisiert das publikum alle die gerade hier waren Realisieren dass alle die werden weitergehen und meine geschichte kennen und hamiltons geschichte kennen das heißt they live they die But they also tell my story und das geht verloren wenn man sagt wer lebt wer stirbt wer schreibt geschichte weil wenn Hamilton sagt wer lebt wer stirbt wer schreibt geschichte und sie dreht sich um ist dieses wer schreibt geschichte auf das publikum zu münzen Sehr hoch gegriffen zu sagen so they tell your story definitiv denn wir erzählen sie ja weiter so wir die mundpropaganda aber Schreiben wir wirklich geschichte war unter geschichte schreiben ist ja doch noch mal was anderes gemein nämlich was viel hoch trabendes was viel Bedeutungsvolleres als einfach nur die geschichten weiter zu erzählen also geschichten erzählen und geschichte schreiben sind zwei verschiedene dinge Sie haben probiert das ein bisschen zu fixen das ensemble im hintergrund singt deine Geschichte Dann dreht sie sich noch einmal wer schreibt geschichte das zeigt mir sie waren sich auch bewusst dass sie da gerade Verkacken so ein bisschen und das ist definitiv eine sache wo ich verstehen kann okay das ist ein deal breaker für mich weil auf diesen moment haben Wir hingearbeitet in elizas gesamten art in diesem gesamten stück dass wir sagen frauen haben nicht zu sagen frauen sind stimmen frauen in der geschichte Verstummend sind nur dazu da männer geschichten zu erzählen und dann aber dass sie da steht und realisiert alle haben jetzt auch sie gesehen So sie hat sich zurück in die geschichte geschrieben und all diese leute sehen das und es war nicht umsonst gewesen sie wird nicht unsichtbar sein Es ist ja nicht ohne grund dass das stück hamilton heißt und nicht alexander hamilton es geht um die hamiltons es geht genauso um eliza wie Und darum gibt es diesen moment am ende und der ist leider wirklich ein bisschen verkackt ich würde sagen der ist 70 von 100 prozent Er ist halt nicht eine vollkatastrophe aber den hauptmoment der ja immer noch ab vor interpretation ist ihr gasp lassen sie ihn jetzt weg weil ich habe Ja gehört so wer lebt wer stirbt wer schreibt geschichte dachte ich das passt gleich nicht das wird gleich nicht passen dann habe ich zwar das ensemble gehört mit Deine geschichte aber sie tauschen das ja nicht aus sie singen ja nicht wer lebt wer stirbt wer schreibt deine geschichte weil es zu lang wäre Sondern sie singen immer noch nur das und ich dachte wird der gasp kommen oder werden sie ihn rausschneiden aber sie haben ihn trotzdem drin und das macht es ein Bisschen verwirrend weil dieser realisations moment sehr viel zugemutet ist dem zuhörer Yes jetzt wissen wir was wir gewinnen was wir verlieren in der übersetzung von hamilton jetzt ist wie anders ist mit den reimen wohin kann sich das stück noch entwickeln von der Ersten preview bis zur premiere bis in die weitere zeit hinein solange hamilton noch spielt Fangen wir bei den reimen an sie sind größtenteils beibehalten außer in bestimmten passagen wo sie es einfach nicht können wo du einfach so Vier fünf worte hast die im englischen nun mal gleich klingen die aber auch ohne kontext vorne und hinten stehen wo man nichts alternativ machen kann ich habe jetzt gerade kein beispiel Weil einmal gucken reicht dann doch nicht aus ich müsste es noch ein paar mal gucken aber es gab diese paar passagen wo man sagt Ah da ist ein reim grad flirten gegangen aber es war nie zu einem extent wo man sagt okay es reißt mich raus warum haben sie es gemacht wie in meinem Letzten video wo ich euch von der bern geschichte erzählt hatte Was übersetzt würde mit du nahmst dir das recht auf mein herz den platz hier in unserem bett schlaf einfach in deinem büro Burn haben sie gott sei dank gefixt es ist nicht mehr schlaf einfach in deinem büro sondern sie haben daraus gemacht ich lösche unser leben Komplett funktioniert für mich ich brauche das büro nicht unwichtiges ding wichtiger ist eliza löscht das leben komplett ein problem habe ich noch sie hat das Zweimal gesungen von daher weiß ich nicht weil es die erste preview war ob das wirklich im text zweimal einfach sich identisch wiederholt weil sie singt den part ja zweimal sie hat hier das Gesungen und sie hat das hier gesungen und jetzt weiß ich nicht gibt es noch eine stelle wo sie trotzdem über das büro singt also an euch weil es ihr hamilton auf deutsch schon gesehen habt Gibt es da eine stelle oder hat sie das bei euch auch zweimal gesungen dieses ich lösche unser leben Komplett ich sehe es auch noch mal zur premiere hoffentlich mit lindmenu miranda vor ort ich werde euch mitnehmen ich werde Definitiv ein video machen und berichte euch dann auch ob sie da noch eine alternativfassung zu haben und demnach dass hier nur ein versinger war dass sie die Zweimal gleich gesungen hat oder ob das wirklich so gehört auch so vom casting haben sich ein paar sachen noch geändert zum beispiel weiß ich dass beim casting Noch bei helpless gesungen wurde lach mit meiner schwester was die typen für sie tun doch dann kamst du und mein herz macht boom und jetzt haben sie aber Gesungen lach mit meiner schwester wie die typen wichtig tun statt was sie für sie tun wie sie wichtig tun so das ändert Natürlich voll was aber ich finde schön dass es sich noch ändert so ich mag dass sie noch Probieren und das wiederum bringt uns zum nächsten punkt wohin hat die show noch zu wachsen und wie kann sie sich noch entwickeln ich glaube dass es viele Dieser momente gibt wo man merkt okay das funktioniert zum beispiel noch nicht so wie das erste rap battle oder auch der brief von Ryan Reynolds den er hamilton vorliest der ist zu verschachtelt und zu kompliziert als dass der wortwitz funktioniert dass dieses Sinn macht oder dass man weiß okay er meint im deutschen muss noch viel mehr dieses blick draus gearbeitet werden es ist noch zu viel Reingekrampft das ähnliche im ersten rap battle die rap battles in general wirken nicht so savage wie der englischen version weil es noch sehr inhaltsbasiert ist ich hoffe dass da gerade im ersten rap battle das zweite war wirklich relativ safe gewesen auch wenn man nicht so diese Oh savage line feeling hat das hat man am ende vom ersten rap battle schon aber in jeffersons part der verkackt leider Weil ganz kurz nur irgendwie so fühlst du dich wie cinderella auf der suche nach dem schuh oder so nur ganz kurz in einer line und nachher kommt ja dieses band over a show you where my shoe fits aber weil es so kurz verarbeitet ist diese cinderella line und so viel drum rum gestellt die funktioniert leider noch nicht aber wie gesagt ich hoffe da ja gerade noch viel daran gearbeitet wird dass ich da auch noch in den nächsten Wochen und monaten ein bisschen was tun wird textlich und bin natürlich sehr gespannt weil ich habe euch auf instagram gefragt wer hat schon tickets und 25 prozent der Leute hatten schon tickets das sind definitiv 75 prozent so viel die noch keine haben von der check definitiv den link in der beschreibung aus und gönnt euch tickets und wenn Ihr schon welche habt gönnt euch noch mal tickets es reicht nicht hamilton einmal zu sehen mein fazit ist nämlich hamilton auf deutsch als absoluter kranker fan der wirklich siebzig mal in diese scheiß show gegangen ist und bestimmt zehnmal davon 200 pfund tickets gekauft hat um ganz vorne erste reihe zu sitzen um alle nuancen des spiels wie die charaktere zusammen funktionieren aufzusaugen dieser kranke fan sagt euch die deutsche version ist worthy definitiv worthy und es ist gelungen hamilton auf deutsch umzusetzen und es ist genau das gleiche gefühl wenn ihr geht wie damals als ich 2017 das erste mal hamilton im westland gesehen habe und auch auf instagram lese ich das so oft von leuten die am broadway war am broadway waren am west end waren dass sie sagen es ist wie das erste mal hamilton wieder erleben und man kann nicht warten bis man zurück ins theater kommt das heißt gönnt euch so viel tickets wie ihr könnt und euer geldbeutel zulasst it's phenomenal es macht spaß einfach hamiltrash leute zu treffen und gerade über diese änderungen zu reden und wie geil ist es dass wir das können dass wir das erste land in der übersetzung und wirklich über diese sachen hier so diskutieren können ich bin super gespannt wenn ihr es gesehen habt was sind eure lieblings änderungen lieblings zeilen aus der übersetzung habt ihr noch fragen wie andere teile übersetzt wurden dann auch ab damit in die kommentare ich habe noch ein paar mehr notizen habe mich jetzt aber auf die wichtigsten sachen konzentriert und trotzdem war das video so unglaublich lang man ich krieg nicht genug man ihr kriegt noch ein extra video von der premiere ich bin sehr gespannt ob lin da sein wird und was ich euch dann da noch zu berichten kann und auch ob es da noch mal einen sprung dollen gab in diesen preview wochen die jetzt ja nur dazu da sind auszutesten vor publikum was funktioniert und so weiter auch wie die schauspieler sich verändert haben ich bin so gespannt leute und wenn ihr diesen content hier feiert dann unterstützt mich sehr gerne auf patreon oder klickt hier das thank you denn es ist wirklich schwierig so in depth video für so eine kleine community zu machen denn ich glaube es gibt nicht so viele leute die wirklich so gerne mit liebe in musicals und in texte und übersetzungen rein diven aber wenn du das gerade guckst bis hier dann bist du einer davon und dann bin ich sehr happy falls du kein geld zum unterstützen dann gerne auch ein abo und teilt das video mit euren hamilton freunden und musicalfreunden und wir sehen uns bis dann leute haut rein